Hallo meine lieben Leute, heute bin ich mal wieder hier am Start. Heute kein Video, weil ich es noch vorhabe mit meiner lieben Familie. Und wenn es euch gefallen, wenn trotzdem euch gefällt mit den Videos, den Sendeplan montags, mittwochs, freitags, dann lasst ein Like da, einen Daumen nach oben und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Tschau, tschau.